Im dritten Let's Play insgesamt. Heute spiele ich aber Fields of Battle. Da spielt man halt Paintball. Und ja, ich spiele das, weil ich mir gedacht habe, wenn ich die ganze Zeit nur WWE Supercard spiele, wird es vielleicht für euch langweilig. Und deswegen spiele ich jetzt auch mal andere Spiele, dass ihr ja nicht nur die ganze Zeit WWE Supercard schauen müsst. Ich werde wahrscheinlich immer ein Match pro Let's Play von Fields of Battle machen. Und in dem Spiel geht es eigentlich darum, dass du halt bei manchen Spielen, bei manchen, da gibt es verschiedene Mods. Also, bei manchen kann man Flaggen erobern, bei den anderen muss man einfach nur andere Gegner abschießen, dass man Punkte bekommt. Ja, und eigentlich macht es Spaß. Und manchmal macht es halt Spaß, wenn man die ganze Zeit nur eliminiert wird. So, jetzt erst da eliminiert, zweiter eliminiert. So, da hinten steht wieder einer. Ja, gut. Weiter. Da kommt schon der nächsten. Nein. Ah. Jawohl, da. Ja. Schön sauber. Und jetzt rennen wir gerade hier hoch. Oh nein. Jetzt wurde ich getroffen. Bei dem Mod, da probiere ich immer ganz hoch zu kommen. Also ganz nach da oben. Und da muss man halt direkt weg haben, dass man da hinkommt. Und deswegen probiere ich immer hier alle Gegner zu eliminieren. Und ich bin jetzt schon, glaube ich, 14. Weil man da irgendwie übel schnell aufsteigt. Nein. Jetzt. Jetzt schießen. Schieß doch. Jawohl. Und die von hinten wieder. Nein. Ich hätte lieber in der Kugel gehen sollen. Zum Beispiel jetzt sieht man hier oben, ganz oben sieht man 12 zu 2 steht. Ich habe nur Granaten. Ich habe 26.337 Kugeln. Und hier kann man halt auch runtergehen und ganz runter zum Liegen weiter oder in der Hocke weitergehen. Und da ist das Ranking rechts neben der Granatentaste. Und ich bin... Oh, jetzt muss ich in Deckung. Ich bin im Moment Erster von meiner Truppe. Das ist gut, weil desto mehr man... Desto mehr... Desto höher man in dem Ranking ist, desto mehr Geld bekommt man. Und wenn man Events und Kugeln holen muss, dann braucht man halt Geld dazu. Und wenn man kein Geld hascht, dann ist halt blöd, wenn man die keine... Oh, ich habe keine Granate, deswegen kommt das die ganze Zeit. Und zwar will ich das kaufen, aber das mache ich nicht. Kauf mir nichts. Jetzt haben wir gewonnen. Die erste Runde sozusagen. 24 zu 4, glaube ich. Und da schädelte ich mal, wie lang es noch geht. Ich bin hier mit der Score 45,5 Erster. 19 Kills. Und da bin ich Dritter. Okay. So, dann spiel ich mal weiter nächste Runde. Jetzt sind wir oben, weil wir ja vorher von unten nach oben gekommen sind. Jetzt kommen wir von oben nach unten. Also genau andersrum. Ihr könnt mir auch mal schreiben, was ihr... Ob ihr Paintball mögt. Oder... Ob euch Paintball gefällt. Ob ihr es gerne mal spielen würdet. Und so halt Sachen über Paintball. Oder Sachen über Laser Tag. Mir auch egal. Mal schauen, ob ich Banking erster werde. Also nach den ganzen Spielen. Nein! Scheiße! Ja, ihr könnt auch mal schreiben, ob ihr schon mal Paintball gespielt habt. Und wenn ihr schon mal Paintball gespielt habt, wie es war. Weil ich habe selber noch nie Paintball gespielt. Und da ist einer. Der ist jetzt gleich weg. Ja, gut. Dann im Ranking nennen wir noch Erster. Und das Spiel, das könnt ihr euch im Play Store holen. Ich weiß nicht, ob es auch bei App Store gibt. Das heißt Fields of Battle. Ja, ich weiß gerade nicht, über was ich sagen soll. Ich spiele jetzt einfach... Nein! Ja. Gut. Jetzt kann ich weiter. Mal sehen, ob ich alle wegsleiten kann. Wo ich noch nicht... Wo ich ungefähr Level 5 war, habe ich mal... Mal richtig gute... Richtig guten Lauf gehabt. Da habe ich alle meine Gegner immer gekehrt in einem Spiel. Da konnte ich fast alleine... Gegen die Spiele... Ja, jetzt habe ich verloren in unserem Team. Aber ich bin in dem Ranking immer noch Erster. Und... Hier, da bekomme ich jetzt 10... 10 Minzen, wenn man so sagen will. Und ja, dann würde ich mal sagen... Das war's für dieses Let's Play. Tschüss!